Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gostner, die DAX, heute am Dienstag, dem 12. Mai 2020. Relativ unentschlossen ist der deutsche Aktien-Sex heute aus dem Handel gegangen. Er wirkt fast ein wenig richtungslos und hilflos. Es scheint nicht so wirklich das Vertrauen der Anleger da zu sein, denn wir sehen ja weiter in die Wall Street, ja, sie präsentiert sich noch immer mit einer gewissen Stärke, aber der DAX ja schon, ja, wie wir schon in den vergangenen Ausgaben thematisiert hatten, von 11.250, ja, schon einmal deutlich zurückgekommen. Jetzt eben die zweite Aufwärtsbewegung und wir sind nun eben hier dabei, nun ein tieferes Hoch auszubilden, was weiterhin auch möglich ist, nämlich mit Kursen von 11.000 Punkten. Ja, und wie Sie wissen, verfolge ich unverändert ein Kursziel von bis zu 10.100 Punkten in den kommenden vier bis sechs Handelswochen, also spätestens entsprechend bis Ende Juni. Das ist weiterhin meine Kursprognose, solange wir eben nicht per Wochenschlusskurs über die Marke von 11.250 Punkten ausbrechen. Dann ein Blick noch auf Wirecard. Ja, Wirecard natürlich ein Wechselbad der Gefühle. Die Aktie kletterte von 80 auf 140 und von 140 ging es wieder auf 80 zurück. In dieser Woche wird sich aber wohl endgültig entscheiden müssen, wohin nun die Reise geht und ob eben Wirecard auch hier eine mögliche Bodenbildung bei ca. 80 Euro forciert. Denn Quartalszahlen stehen bevor und ja, Quartalszahlen werden auch mit Sicherheit darüber entscheidend sein, wie es um das Vertrauen der Anleger hier steht. Nachdem ja zuletzt bereits der Vorstand nun umgebaut wird, was letztendlich positive Wirecard ist, sehen wir aber bislang dann doch noch mangelndes Vertrauen. Auch jetzt schon wieder nur ein erster Anstieg und wir sehen schon wieder hier, dass eben das Vertrauen dahin schmilzt. Also auch hier kann man eben nur für Wirecard hoffen, entsprechend, dass die Quartalszahlen gut sind und man sich auch hier weiterhin oberhalb der Marke von 80 Euro etablieren bzw. stabilisieren kann. In diesem Sinne einen schönen Abend nun bis morgen früh und natürlich dann wieder mit einem Blick auf die Wall Street.